Es ist eigentlich da um zwei Menschen, die sich hier kennenlernen und sehr viele Einflüsse von außen das Ganze ein bisschen nicht so aufmachen und trotzdem entscheiden sie sich dafür, das Leben miteinander zu bestreiten. Zwei Menschen auf dem Weg, so heißt das Ding. Sie war hübsch und er war irgendwie rüssig, Neue war unermesslich, nach kurzer Zeit wussten so viele Leute. Und dem Ton war ja noch ein Himmel viel blauer, auch alles war mir sehr süß sauer. Ein gutes Gefühl, jeder hat genau das, was er will. Zwei Menschen auf dem Weg, wo kein Weg, was er steht.